Ähm, ja. Also, ich hab mir die Haare getönt, wie man sieht. Hier, wartet. Hier sind sie grün. Und das ist aber nicht das Einzige. Das Grün hab ich heute gemacht. Ich war bei einer Freundin. Und die hat mir das gemacht. Danke Jana nochmal. Ein ganz, ganz kurzes Dankeschön an Jana, dass sie mir geholfen hat. Ja, und ich war gestern beim Publisor. Und ja, ich habe mein Haar appasiert. Aber wow. Ich zeig euch erst mal das Video. Ciao. Ja, ich. Nein. Echt? Geschockt? Mhm. um die 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 ich kann euch das jetzt nochmal zeigen so wie es jetzt aussieht einer muss ich meine ganzen Haare hochheben wartet so siehts jetzt aus es ist komisch irgendwie weil es fühlt sich so komisch an aber naja mehr wollte ich mit diesem Video eigentlich gar nicht sagen ich wollte kurz kurz zeigen wie meine Haare jetzt aussehen und ich will eure Meinung hören ja mehr wollte ich nicht sagen also tschüss